So, müssen jetzt im Central von Black Mesa sein? Oh Gott. Alter. Was war das? Gerade so noch geschafft, ey. Not only are we way behind enemy lines. We just missed the last flight out of here. Joa. I hope you brought some backup point, Dexter. Because we're going to need it. Joa. Let's get the hell out of here. Kommst du jetzt wieder mit? Yes. Okay, ihr habt es gelesen. Vergesst Morgan Freeman. Oh de. Na ja. Hat er zwar nicht gesagt, aber... Man soll nämlich hier vergessen. Warten wir mal. Schon cool, so eine Selbstschussanlage. Deaktivieren wir sie schon mal. Gut, die haben alles abgecheckt. Scheint nichts mehr zu sein. Ich hätte schon gedacht, wenn die jetzt eine Fehlfunktion haben. Na, ich hab ihn weggeklickt. Hey. Ich bin bereit. Let's do this before I lose my nerve. Ich wollte gerade sagen, wieso kommt's auch nicht. So. Ah, ist das weit? Ich muss da. Es kommt so einer. Na ja. Ach, das hat's ja mal wieder richtig. Komm, machen wir den Revolver. Mein Gott. Ich bin einfach schon down gewesen. Der ist instant weg. Nachladen. Ich hätte den Typ hier drinnen lassen sollen. Vorlaufend zurück. Weil ich wusste, ich kann die ganzen nicht benutzen, wenn der Typ hier rumläuft. Mann. Da ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Weil die Gans hätten das halt geregelt, definitiv. Naja. Ich bin sicher, ich geh noch ein bisschen was. Ja, du warst, dass du da schiefst. Das bringt mich. Ähm, okay. Dann weiter im Text, würde ich mal sagen. Weil wir können da ran jetzt eh nicht mehr lernen. Ja. Okay. Nein. Das sind zu viel von... Die gehen gerade ein bisschen auf den Nerv. Ja, super. Die sind gegen die Wand geklatscht, Alter. Oh Gott, ey. Manchmal wünsche ich, würde dieses Level anders anfangen. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, was haben wir denn da jetzt entdeckt. Das sieht nicht schön aus. Auf, Alter. Die Kiste rollt noch zu mir, ey. Was ist denn heute los? Ja, komm. Jedes Mal in dieses fette Vieh. Na, kommt schon. Okay. Und? Ah, die platzen aber auch wirklich mit der Zeit. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung muss ich denn laufen. Da ist noch irgendwas. Ich bin einfach schon fast tot. Vielleicht gehe ich doch lieber anders rum. Geil, Mann. Ob die hochkommen? Ja. So. Das sind sogar einige. Ja, schön. Oh Gott. Wenigstens eine Gun, die geholfen hat. Na, erstmal einfach einen Schluck. Dann müssen wir irgendwo mit einer Gun weiterkommen, ey. Mist. Hier gibt es auch kein Medic mehr, ey. Die zerlegen mich. Oh, Gott. Irgendwo. Was zum Heilen. Lambda-Komplex. Lambda-Komplex. Okay. Hier geht es scheinbar allgemein weiter. Oh, und das sieht nicht schön aus. Nein, ich muss diese andere Ecke auf jeden Fall erkunden. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo noch so ein Medic-Ding liegt. Hier haben wir ein bisschen Energie. Oh, die Panzerung hält halt nicht viel aus. Alter, die Pylonen, die stacken einen. Kann man wieder hochspringen. Ach, geht doch. Ein bisschen was. Und bei. Gut. Hier komme ich nicht weiter. Da ist Munition. So. Stimmt, genau. Da müssen wir hier in den Truck gucken. Ah, 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 ah. Habe ich was gesehen? Nein. Okay. Da müssen wir jetzt durch dieses Loch springen. Oder was. Ach, guck ich gerade das nicht hin. Alter. Womit habe ich das verdient? Das war richtig asozial. Dass sie dann diese Viecher hingesetzt haben. Also die Entwickler. Dass sie diese Dinger auslösen. Mann. Weil ich war gerade mit dem Fokus nach hinten gerichtet. Nicht was direkt vor mir war. Deswegen habe ich, ich habe die Gannen gesehen, aber ich habe halt nicht die Viecher gesehen. Und deswegen halt wieder falsch reagiert. Also irgendwie ist es heute nicht so mein Tag. Na komm. Na komm. Ich will wissen, dass du endest. Und da hinten mal wieder so ein Vieh. Kanaten. Okay, wir wählen das etwas. Oh. West. East. West oder Ost. West. East. Okay. Okay. Okay, gibt es da. Ah, da gibt es wieder. Provisorisch erstmal. Vernichten. Okay, ich muss den Westbein. Provisorisch abschießen, falls ich in eine Situation komme, dass ich keine Munition habe. Panik oder sonst was. dann gut glück müssen wir wieder es wird echt immer schlimmer es wird immer schlimmer ich glaube wir nähern uns so ein bisschen die neue quelle wir mal also immer wenn er mich hittet sehe ich den nicht wir haben ja dieses komische portal scheimer geöffnet oder zumindest durch uns in die ganzen anomalien entstanden und jetzt kommen immer mehr solche viecher jetzt ist auch so so eine eingreiftruppe entstanden von diesen viechern nicht dass ich jetzt wieder hinreise hat wo halt der auslöser war werde ich da durch ich muss sogar durch wenn ich das schon wieder sehe ich muss halt die waffe schnell wechseln und dann zack dem ist langsam das scheint zu werden halt ja 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 ich bin da wieder verloren alter wahrscheinlich nur das berühren killt mich schon Das werde ich nicht überleben. Das tut schon weh. Ich komme jetzt nur noch was hier hoch. Ah ok, ich weiß wo. Ich habe die Gang gesehen. Es ist hier am stehen. Ok, jetzt habe ich. Ich habe beide. Ja. Ach so. Geht doch, man. Ich habe schon ein paar Hits gebraucht. Mit den Granaten. Wenig gesagt, sie leben. Hier lag zumindest Leben. Munition. So, wir können noch weiter. Es wird echt spannend. Es kommen immer weniger von diesen Medik-Teilen. Und trotzdem. Oh oh. Ihr hört es? Ist das wieder so ein fettes Vieh? Ich hoffe nicht. Na komm schon. Was haben wir denn? Ach so, stimmt. Die habe ich ja noch nicht nachgeladen eben. Zack. Ok, dann wollen wir sterben. So, Ich hoffe nicht. 3 5 3 5 8 7 7 9 5